warum kommt ihr denn nicht in die disco das ist mima mima prügelt sich mit irgendeiner alten frau das passt aber zu mir die ist auch mal so aggro hier mima hat eine straßenschlägerei mitten auf der straße sonntagmorgen 7 40 und mima ist nicht da es hat sich noch nie noch niemals irgendeiner unserer sims so geprügelt da müssen wir unbedingt ein highlight draus machen haha ausgerechnet mima prügelt sich mit so einer alten lea weiß auf eine senioren mima verprügelt sonntag morgens hier in windenburg in der altstadt alte leute ja aber so ist richtig mima und es ist auch hier ist sie ist das ist eine mit migrationshintergrund eine ausländische senioren auch das noch das ja hier mima ist ja fremdenhass oder wie das ist ja wie hier in köln silvesternacht am bahnhof irgendwelche frauen gedrängt haben aber sieht nicht so aus ob mima gewonnen hätte mima verliert gegen so eine omi oder riesig steht aber sie hat alles mit dem handy gefilmt und postet jetzt auf youtube und das ja auch noch hier eine hier die arbeit die um ihre rente aufzubessern müssen die rentner hier doch alle arbeiten wir haben einen haufen rentner die immer irgendwo in bars stehen an mima Ah! Ah! Look at Floorbees so sleepy. Hehehe.